William Penn gründete die Kolonie Pennsylvania im Gebiet der heutigen USA. 1693 verfasste er den Essay The World, The Present and Future, A Peace of Europe. Leben Penn wurde als Sohn des gleichnamigen Admiral Sir William Penn, der zu den reichsten und einflussreichsten Männern Englands gehörte, und von Margaret Jasper geboren. Nach seiner Ausbildung in Oxford studierte er zunächst in Frankreich protestantische Theologie und wurde unter anderem am Hof von Ludwig XIV. empfangen. Anschließend studierte er in London Jura und begann, die umfangreichen Besitzungen seiner Familie in England und Irland zu verwalten. In dieser Zeit kam er in Kontakt mit der Bewegung der Quaker, zu deren bekanntestem und respektiertestem Sprecher er bald wurde. Wegen seines Glaubens wurde er von seinem Vater verstoßen und in England mehrmals gefangen genommen. Trotz des Zerwürfnisses mit dem Vater machte dieser zweimal seinen Einfluss geltend, um die Freilassung seines Sohnes zu erwirken. Am 16. September 1670 starb der Vater, kurz nachdem Penn ein zweites Mal freigelassen worden war. Vor seinem Tod versöhnte sich Vater Penn zu guter Letzt noch mit seinem Sohn. Dieser heiratete 1672 die Quäkerin Guglielma Springett, mit der er drei Kinder hatte, Springett, William und Letische. Der eingeschränkten Religionsfreiheit und mehrmaligen Inhaftierungen zum Trotz setzte Penn sein Auftreten als Quäker fort und setzte sich für religiöse Toleranz und politischen Liberalismus ein. Pennsylvania In den 1670er Jahren entwickelte er ein Modell für eine neue Siedlung in Nordamerika. Hierzu reiste er 1671 und 1677 unter anderem auch nach Deutschland und warb für die Ansiedlung deutscher Kolonisten in Nordamerika. Nach dem Tod von Penns Vater beglich König Karl II. Im Jahre 1681 eine größere Geldschuld, in dem er Penn ein riesiges Gebiet in der nordamerikanischen Wildnis vermachte und ihn zum dortigen Gouverneur ernannte. William Penn wollte die Kolonie New Wiles nennen. Als das von der britischen Krone abgelehnt wurde, schlug er als Name Sylvania vor. Karl II. verfügte dann den endgültigen Namen Pennsylvania als Ehrung für Admiral Sir William Penn. Es umfasste die beiden heutigen Bundesstaaten Pennsylvania und Delaware. Noch im gleichen Jahr gründete Penn die Hauptstadt Philadelphia, die damit zu den ältesten Städten der USA zählt. The Great Treaty wurde im Juni 1683 unter der großen Ulme von Chakamexen unterzeichnet. Der Name des Häuptlings Tammany erschien zum ersten Mal auf einem Vertrag vom 23. Juni 1683, als er sein Zeichen unter die Urkunde setzte. Mit der er William Penn zum Besitzer machte von am 25. Juni 1683 erscheint das Namenzeichen Tammany gemeinsam mit vier anderen Indianern als Zeugen unter einem weiteren Vertrag. William Penns für Penn wagte das heilige Experiment, wie er es nannte und setzte ein Regierungssystem in Kraft, das auf Brüderlichkeit und persönlicher Freiheit für Siedler und Indianer beruhte. Unter seinem Einfluss begann 1683 die Ansiedlung deutscher Siedler in Germantown, Pennsylvania, durch seinen Freund Franz Daniel Pastorius. Pennsylvania wurde zu einer Zufluchtsstätte für Angehörige religiöser Minderheiten, die in Europa verfolgt oder diskriminiert wurden. Aber auch für Denominationen wie Lutheraner und Katholiken, die in anderen amerikanischen Kolonien kein volles Bürgerrecht hatten. Mit seinem ungewöhnlich liberalen Wahlrecht und der vollen Religionsfreiheit war Penns System seiner Zeit weit voraus. Aufgrund der Tatsache, dass Penn die Indianer vor Alkohol und aus beuterischen Weißen schützte und sich strikt an die Landabtretungsverträge hielt, blieb Pennsylvania von indianischen Überfällen verschont. Penn hatte intensiven Kontakt mit den benachbarten indianischen Ethnien und sprach sogar ihre Sprachen. Insgesamt verbrachte Penn nur einige wenige Jahre in Pennsylvania. Die meiste Zeit setzte er sich in England für sein heiliges Experiment ein, das immer wieder stark gefährdet war. Zudem musste er sich in England um seine Familie kümmern. Seine Frau Guglielma starb 1693 nach langer Krankheit. Sein ältester Sohn Springett starb am 10. Februar 1696 ebenfalls nach langer Krankheit. Noch im gleichen Jahr heiratete Penn ein zweites Mal. Mit seiner zweiten Frau, Hannah Caldwell, hatte er in der Folge sechs Kinder. Sein Sekretär in England war Johann Georg Bachmann Lemniskate 1715 Ebersheim Worms mit Anna Maria Schneebeli. Obwohl Pennsylvania rasch zu einer reichen Kolonie wurde, verdiente Penn kaum etwas daran. Von seinem finanziellen Verwalter Philip Ford betrogen, verschuldete er sich so stark, dass er einige Zeit ins Schuldgefängnis musste. Der nachfolgende Prozess ging fort, kostete ihn viel Kraft. Er erlitt drei Schlaganfälle, die seine Gesundheit sehr schwächten. Literarisches Wirken Zahlreiche Schriften Penns wurden ins Deutsche übersetzt und erzielten hohe Auflagen. Penn war damit in Deutschland populärer als George Fox, der weithin als der Gründer des Quäkertums gilt. Auch fand Penns Werk mehr Anklang als die sehr bekannte Apologie von Robert Barkley. Zu den schon früh übersetzten Werken gehörten Forderung der Christenheit vor Schgericht Eine freundliche Heimsuchung in der Liebe Gottes, welche die Welt überwindet Kurze Nachricht von der Entstehung und dem Fortgang der christlichen Gesellschaft der Freunde, die man Quäker nennt Zärtlicher Rat und zärtlicher Besuch in der Liebe Gottes Wiederherstellung des ersten Christentums Schlüssel zu den Grundsätzen Früchte der Einsamkeit Letzt genanntes Werk war lange Zeit das umfangreichste mit knapp 240 Seiten. Die kurze Nachricht fand sogar eine öffentliche Rezension, die aber vernichtend ausfiel. Während des Aufenthalts 1668 im Tower zu London verfasst er sein Werk ohne Kreuz keine Krone. Dieses sprachgewaltige Werk wurde schon früh in verschiedene Sprachen übersetzt. In dem Werk handelt Penn alle wichtigen Grundsätze der damals neuen Bewegung ab. Er erläutert und verteidigt das eigentümliche Verhalten der Quäker und versucht darin das Quäkertum als das wahre Urchristentum auszuweisen. In zum Teil polemischer Weise greift Penn die etablierten Kirchen und ihre Anhänger als unglaubwürdig an. Es sei toward the present and future a peace of Europe. William Penns Plan einer europäischen Einigung entstand in London während der politisch unsicheren und gespannten Phase der Jahre 1691 bis 1693. Penns Essay erreichte eine viermalige Auflage. Penn schilderte im Essay, warum er sich entschlossen hatte, für die Etablierung und Sicherung des Friedens in Europa einzutreten. Friede bedeutete in den Augen Penns Sicherung des Besitzstandes, freier Handel, Ansiedlung von Industrie. Allgemeiner wirtschaftlicher Aufschwung durch eine verbesserte Auftragslage sowie eine Förderung der allgemeinen Wohlfahrt und Gastlichkeit. Während der Krieg neben Tod, Gräuel und Verelendung vor allem die Gier und Hamsterei der Wohlhabenden verstärkt. Den Armen ein Leben als Soldaten oder Dieben aufzwingt und keinerlei volkswirtschaftlichen Nutzen nach sich zieht. Die Gerechtigkeit sah er als Weggefährtin des Friedens an, die zwischen den Parteien zur Vermittlung benötigt werde und in Form der Gesetzgebung schließlich Rechte und Pflichten definiere und bewahre. Die Regierung stellt darüber hinaus ein notwendiges Mittel gegen die Verworrenheit dar und gehe aus einem allgemeinen gesellschaftlichen Konsens hervor. Des Weiteren beschäftigte Penn sich mit der institutionellen Einrichtung eines Parlaments-Staatenbundes auf europäischer Ebene, wobei die verwendeten Termini oft einen recht beliebigen Austausch fanden. Sie thematisieren primär die möglichen Mitglieder und deren Aufnahmeberechtigung. Die Natur von Rechtstiteln und Erörternfragen der Präsidentschaft und der Repräsentation, des Stimm- und Wahlverhaltens, der Anwesenheits- und Vertretungspflicht sowie mögliche Straf- und Sanktionsmaßnahmen. Als Diskussions-, Verhandlungs- und Vertragssprache schlug Penn entweder Latein oder Französisch vor, die beide Vorteile besäßen und gleichermaßen akzeptiert werden könnten. William Penn verwies zur Rechtfertigung seines Friedensplanes explizit auf die blutigen Geschehnisse, die sich seit 1688 beispielsweise in Ungarn, Flandern, England, Irland oder zur See abgespielt hätten und von denen kein menschliches Wesen ungerührt sein könne. Zur künftigen Verhinderung solcher Tragödien sei in Europa weiter Frieden vonnöten, doch lieferte Penn keine generelle Definition dessen, was Europa für ihn darstellte. Penn entschied sich für einen politisch-geografischen Begriff Europas, der sich besonders aus der Zusammensetzung einer General- oder Staatenversammlung sowie der Stimmverteilung der anwesenden Delegierten ablesen, ließ. Demzufolge sollte das Heilige Römische Reich 12, Frankreich und Spanien je 10, Italien 8, England 6, Schweden, Polen und die Generalstaaten je 4, Dänemark, Portugal und die Republik Venedig je 3 sowie die Schweizer Kantone. Das Herzogtum Holstein und Kurland sowie kleinere Fürstentümer je 1 Stimme besitzen, so dass sich die Gesamtstimmen auf 70 belaufen hätten. Für den Fall, dass die Türken und Russen ebenfalls als Mitgliederaufnahme gefunden hätten, hätten sie jeweils über 10 Delegierte verfügt. Was die Stimmenanzahl auf 90 erhöht hätte. Eine solche Zusammenkunft hätte nach Penns Ansicht Europa als the best and wealthiest part of the known world hervorgehoben. Penns Vision von Europa, Religion and Learning, Civility and Arts have adersed and appeared. Für den Fall, dass veränderte Rechtstitel eine Überarbeitung der Zusammensetzung erforderlich machen würden, schlug Penn eine genaue Prüfung aller vorgebrachten Ansprüche vor. Rechtstitel hätten vor der General- oder Staatenversammlung nur dann Bestand, wenn sie durch eine unzweifelhafte Erbfolge, eine Wahl, eine Heirat oder durch einen rechtmäßigen Erwerb legitimiert seien. Dahingegen habe die zu schaffende Europäische Staatenversammlung solche Ansprüche und Titel zurückzuweisen, die durch Schwert und Blut erreicht worden waren, da sie moralisch fragwürdig seien, wenn sie nicht nachträglich durch einen Vertrag eine Bestätigung gefunden hätten. In diesem Punkt wird der Wunsch nach einer friedlichen bzw. an christlichen Maßstäben orientierten Rechts- und Wertegemeinschaft zwar besonders gut sichtbar, doch zieht er sich durch den ganzen Essay. Die Staatengemeinschaft führe, so Penn, somit to the benefits of an universal monarchy, where are the inconveniences added to tend it. In den letzten Abschnitten werden mögliche Einwände vorweggenommen, entkräftet, und die positiven Auswirkungen des Planes wie etwa ein gottgefälliges Leben in christlicher Nächstenliebe und Frieden, das verbesserte Ansehen des Christentums bei den Ungläubigen, die Vermeidung der oft enormen Kriegsausgaben und ihrer friedlichen Verwendung, die Erleichterung von Handel und Reisen, die verstärkte Abwehrkraft gegen türkische Expansionsbestrebungen und die intensivere Freundschaft zwischen allen europäischen Fürsten, Staaten und Völkern aufgezählt. Abschließend weist Penn darauf hin, dass die Schaffung einer solchen, sehr eingeschränkt supernational agierenden Institution durchaus nicht unnatürlich sei, Denn, by the same rules of justice and prudence, by which parents and masters govern their families and magistrates are their cities, and estates are their republics, and princes and kings are their principalities and kingdoms, Europe may obtain and preserve peace among their sovereignty. Die besten Anregungen für seinen Friedensplan fand Penn nach eigenen Angaben bei seinen Recherchen über den französischen König Heinrich IV., der bereits viele Gedankengänger rund 100 Jahre vor ihm angestellt hätte. Penn bezeichnet seine Ausführungen deshalb als ein Experiment, das nötig sei, um den Frieden in Europa und der ganzen Welt dauerhaft einzurichten. Ideen geschichtlich markierte William Penn's Essay einen Meilenstein in der Geschichte der Europapläne, der, auch nach eigenen Angaben, eine enge Verknüpfung zu den Plänen von Heinrich IV., und dessen Weggefährten Maximilian D. Bethune. Die UCD Sully aufweist und erstaunlich detailliert zahlreiche Errungenschaften des Nachkriegseuropas des 20. Jahrhunderts vor Wegnahmen nachleben. Penn's Gedenktag ist der 30. Juli im evangelischen Namenkalender. Penn's Einfluss in Pennsylvania war noch über Generationen sehr deutlich spürbar. 1945 wurde eine Wohlfahrtsorganisation gegründet und nach ihm benannt, die die Lebensqualität in der Region in und um Philadelphia in den Bereichen Kultur, Jugend und gemeinschaftliches Zusammenleben fördern soll bzw. Will. Am 28. November 1984 erklärte der US-Präsident Ronald Reagan William Penn und seine zweite Frau Hannah Calvill Penn. Posthum zu Ehrenbürgern der USA. Ein von Freundschaft und Tod handelndes Zitat aus seinem Werk Morphutes of Solitude ist eines der beiden Mottos des siebten Bandes der Harry Potter-Reihe. Die US-amerikanische Schauspielerin Meryl Streep ist eine entfernte Nachfahrein William Penn's Legende. Eine Legende, die immer mal wieder auftaucht, ist die, dass Penn den bekannten Quaker-Prediger George Fox gefragt haben soll, ob er sein Schwert tragen dürfe. Dieser soll gesagt haben, trage dein Schwert. Solange du kannst. Etwas später sollen sich die beiden wieder getroffen haben und Fox soll ihn gefragt haben, Wo er, Penn, denn sein Schwert habe, worauf dieser geantwortet haben soll, dass er es nun nicht mehr tragen könne. Diese Geschichte ist eine freie Erfindung. Es handelt sich lediglich um eine, noch heute, populäre Legende unter Quäkern. Referenzen A.B. Edwin P. Kirill Abraham Kaplan Josef Johnson The Story of Tammany Democratic Organization New York County New York 1924 S. Sechste Penn's englischer Sekretär Wei Ibersheimer A.B. Klaus Bernett Deutsche Quakerschriften des 18. Jahrhunderts Nachdruck Georg Olms Hildesheim U.A. 2007 ISBN 978-3-487-13408-6 S. 393 William Penn Ohne Kreuz keine Krone Übersetzung 1826 Digitalizei und Text By Wikisource Beispiel für heftige Polemik Zweite Kapitel Acht Erster Absatz Penn klagt zum Beispiel über ein Christentum, dass alle Abscheulichkeiten, die man nur auf der Erde kennt, voll ist William Penn im ökumenischen heiligen Lexikon Meryl Streep Faces of America Abgerufen am 5. Februar 2010 Joy Marie McKenzie Henry Louis Gates Cesar Ebroke Meryl Streep's Heart Nightside 4. Februar 2010 Quaker Heritage Press